Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du Content für Social Media erstellst, dann bist du hier genau richtig. Denn heute zeige ich dir sieben Tipps, Tricks und Tools, die dafür sorgen, dass dir nie wieder die Ideen ausgehen. Das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Es ist wieder Montag. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es mal wieder um Ideen für Social Media. Also wenn du Content für Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn oder welche Plattform auch immer erstellst, dann kennst du bestimmt das Problem. Dadurch, dass man einfach regelmäßig Content braucht, braucht man wahnsinnig viele Ideen für Inhalte, die man dann posten kann. Und jeder kennt das. Irgendwann gehen einem die Ideen aus, man steht da und man weiß nicht mehr weiter. Und damit das nicht passiert und damit du immer wieder neue Ideen finden kannst, die im besten Fall auch funktionieren und dafür sorgen, dass deine Reichweite steigt, zeige ich dir heute so ein paar Tipps, Tricks und Tools. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über deinen Support. Mit einem Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und bevor wir in die Tools einsteigen, fangen wir erstmal an mit einem wichtigen Tipp. Das solltest du unbedingt tun, wenn du Content Creator bist und wenn du Content für Social Media erstellst. Und zwar geht es darum, dass du erstmal deine Ideen sammelst. Denn du kennst das bestimmt. Es gibt Phasen, in denen du super kreativ bist und die Ideen fliegen dir einfach so zu. Und dann gibt es auch Phasen, wo du einfach gar nicht mehr weißt, was du noch posten sollst. Und damit du in diese Phase gar nicht erst kommst, beziehungsweise damit du auch die Tools, die wir uns nachher anschauen, richtig nutzen kannst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir eine Ideensammlung anzulegen. Und ich will dir auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dazu kannst du dir zum Beispiel mit Canva so eine Mindmap anlegen. Und da ist jetzt der Geheimtipp eigentlich, dass du erstmal deine allgemeinen Ideen zu deinem Thema sammelst. Also du legst dir so eine Mindmap an, wo du dein Thema in die Mitte schreibst und all die Ideen, Begriffe, Inhalte, alles, was dir so dazu einfällt, sammelst du erstmal. Und das geht in Canva super einfach, auch mit passenden Vorlagen. Wir schauen dazu mal zusammen in Canva rein und ich zeige dir hier mal meinen Bildschirm. Zack. In Canva findest du ja diese Startseite. Und hier in die Suche kannst du jetzt ganz einfach Mindmap eingeben. Und dann landest du auf dieser Seite und findest hier viele verschiedene Vorlagen zu Mindmaps. Zum Beispiel diese hier, die perfekt ist für deine Ideen. Die kannst du einmal anklicken und über diese Vorlage anpassen, landest du an der Stelle hier. Hier kannst du jetzt in die Mitte dein Thema schreiben und das dann, wenn du magst, noch in verschiedene Unterthemen gliedern und dazu dann jeweils deine einzelnen Ideen sammeln. Im nächsten Schritt würde ich dir empfehlen, dir eine weitere Mindmap anzulegen. Und da geht es jetzt gar nicht mehr so sehr um Ideen, sondern da geht es um Probleme deiner Community. Denn wenn du es schaffst, mit deinem Content Probleme deiner Community zu lösen, dann ist das auf jeden Fall ein riesengroßer Mehrwert. Und das wiederum führt dann auch dazu, dass diejenigen, die dein Content sehen, dir dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit folgen. Und deswegen überleg dir einfach mal, was sind so die Probleme und Herausforderungen deiner Community, die du dann auch mithilfe von Content lösen kannst. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer zwei. Und jetzt wollen wir mal direkt reingehen und Ideen für Content finden. Und dazu kannst du ganz einfach auch die Social Media Apps nutzen. Und das ist eine Instagram-Funktion, die du unbedingt nutzen sollst, wenn du Ideen für neuen Content brauchst. Und zwar öffnen wir einfach mal Instagram und schauen uns das Ganze zusammen an. Zum einen kennst du ja bestimmt die Instagram-Suche. Die findest du hier und da kannst du hier oben dein Thema eingeben und bekommst dann ganz viele Vorschläge. Und zum anderen gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Stelle, die dir Content-Ideen genau auf dich und deine Zielgruppe zugeschnitten liefert. Wenn du in deinem Profil bist, findest du hier das Professional Dashboard und da findest du ganz unten den Bereich Inhalte von Creatern wie dir. Und hier bekommst du jetzt eine Riesenauswahl an Content-Ideen und an anderen Profilen vorgeschlagen. Übrigens, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Stelle in Instagram, mit der du rausfinden kannst, ob der Algorithmus überhaupt versteht, worum es in deinem Profil geht. Wenn du also hier in dem Bereich Inhalte siehst, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, was du machst, oder die gar nicht zu deinem Thema bzw. zu deiner Zielgruppe passen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Instagram-Algorithmus noch nicht richtig verstanden hat, was du eigentlich in deinem Profil machst. Und dann solltest du auf jeden Fall die Themen, die du bespielst, deine Captions und auch deine Hashtags nochmal überdenken, denn damit hilfst du dem Algorithmus zu verstehen, was eigentlich dein Thema ist. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3. Das ist ein Tool, was alle Content-Creator kennen sollten, weil dir damit einfach nie die Ideen ausgehen und du damit Fragestellungen deiner Community identifizieren kannst. Und zwar geht es um Answer the Public und ich zeige dir das Ganze hier mal an einem Beispiel. Das ist der Link, der dich zu diesem Tool führt und das nutzen viele zur Suchmaschinenoptimierung, denn da ist es wichtig herauszufinden, was die Leute fragen. Und das Ganze kannst du jetzt so nutzen. Wir nehmen mal das Beispiel Ernährungsberatung. Wenn du Tipps zur Ernährung gibst, dann möchtest du hier herausfinden, was zu diesem Thema gefragt wird. Und dann gibst du einfach hier unten Ernährung ein, wählst Deutschland und Deutsch aus und sagst dann hier einmal suchen. Und als Ergebnis bekommst du hier ganz viele Fragestellungen, Themen, Ideen rund um das Thema Ernährung ausgespuckt. Das Ganze kannst du dir als diese runden Grafiken hier ausspucken lassen mit ganz vielen Fragestellungen zu der Thematik. Du kannst aber auch hier oben zum Beispiel die Option Liste wählen und bekommst dann Listen mit ganz vielen Ideen rund um das Thema angezeigt. Wo fängt gesunde Ernährung an? Zuckerfreie Ernährung, welches Obst? Ketogene Ernährung, welches Obst? Also wenn das Hauptthema Ernährung ist, kommen jetzt hier neue Themenfelder mit rein, wie zuckerfreie Ernährung oder auch ketogene Ernährung. Und auch hier wieder noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das Video ist nicht gesponsert. Also alle Tools, die ich dir hier zeige, zeige ich dir, weil ich sie auch selber nutze und weil ich sie für gut empfinde. Und die Anbieter haben keine Ahnung davon und ich werde nicht dafür bezahlt. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4. Und das ist super wichtig für alle, die in Instagram unterwegs sind. Denn Instagram hat ja in den letzten Wochen und Monaten wieder wahnsinnig viel geändert, gerade auch, wenn es um Hashtags geht. Und genau diese Änderung kannst du jetzt für dich nutzen. Denn Instagram-Hashtags führen ja jetzt mittlerweile nicht mehr zu so einer Hashtag-Übersicht-Seite, sondern Hashtags führen dich mittlerweile in die Insta-Suche. Und das ist auch ein wichtiger Indikator dafür, dass Hashtags einfach super wichtig dafür sind, dass Instagram versteht, worum es in deinem Content geht und auch für Social Media SEO, also für Suchmaschinenoptimierung. Denn immer mehr Menschen suchen in Instagram nach Dingen. Und wenn du dann die Antwort auf eine Suchanfrage bist, beziehungsweise wenn dein Content die Antwort auf eine Suchanfrage ist, dann ist das ein riesengroßer Vorteil. Dann bietest du einen direkten Mehrwert für das Problem derjenigen, die danach suchen. Und das kannst du jetzt auch extrem gut für dich nutzen. So einfach findest du Content-Ideen in Instagram, die zu deinem Thema und deiner Zielgruppe passen und die in der App nachgefragt und angezeigt werden. Und das wiederum hilft dir auch dabei, deine Performance in Instagram zu verbessern. Dazu gehst du in dein Profil, schaust dir an, was bis jetzt am besten performt hat und wählst dann die einzelnen Hashtags aus und landest damit dann in der Instagram-Suche. Das heißt, da hast du jetzt genau die Ideen, die zu dem Hashtag beziehungsweise zu deinem Thema passen. Und genau da kannst du dich jetzt inspirieren lassen für eigene neue Content-Ideen. Und damit haben wir auch schon wieder bergfest. Wenn dir das Video bis dahin schon gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und wir machen direkt weiter mit Tipp Nummer 5. Alle Content-Creator sind ja immer auf der Suche nach diesem Mehrwert. Und dieser Mehrwert kann sein, dass du ein Problem von deiner Community löst. Und wie findest du jetzt die Probleme? Da gibt es einen ganz einfachen Weg, nämlich über die Google-Suche. Und ich zeige dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Du kennst ja bestimmt diese Seite. Und wir bleiben jetzt mal wieder bei dem Thema Ernährung und geben hier einfach mal Ernährung ein. Und dann bekommen wir an der Stelle schon ganz, ganz viele Ideen vorgeschlagen. Zum Beispiel Ernährung umstellen, Ernährung Definition, Ernährung Grundlagen, Ernährungsberatung Berlin, Ernährungspyramide, Ernährungssport. Also hier sind schon die ersten Ideen, an denen wir uns bedienen können. Und hier können wir jetzt auch schon alle möglichen Begriffe aus unserer Ideensammlung, die wir ganz am Anfang angelegt haben, hier eingeben. Und wenn ich jetzt diese Suche starte, dann lande ich an der Stelle auf dieser Suchergebnisseite. Und auch hier bekomme ich jetzt wieder Content-Ideen. Denn hier werden mir weitere Fragen vorgeschlagen, die in der Suche häufig nachgefragt sind. Dazu zählen so Fragen wie, welche zehn Lebensmittel sollte man täglich essen? Wie ernähre ich mich richtig? Was ist wirklich gesunde Ernährung? Also hier kannst du jetzt weiter eintauchen und Ideen finden, die du dann umwandelst in Content für Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn oder welche Plattform auch immer. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer sechs. Denn Google bietet nicht nur die Suche und diese Suchergebnisseiten. Google bietet noch weitere Tools und Möglichkeiten, die dir helfen können, Content-Ideen zu finden. Und dazu zählt unter anderem auch das Tool Google Trends. Mithilfe von Google Trends kannst du die Nachfrage zu Suchanfragen rausfinden. Also wenn wir zum Beispiel hier Instagram eingeben und hier einen Zeitraum auswählen, dann sehen wir hier so einen Index von 100. Das heißt, das sind die maximalen Suchanfragen. Und wir sehen dann, wie sich die Anzahl der Anfragen über einen gewissen Zeitraum verändert hat. Darüber kannst du natürlich jetzt erkennen, welche Themen gerade besonders nachgefragt sind. Aber darüber bekommst du auch noch viele weitere Informationen zu neuen Ideen. Also wir sehen an der Stelle schon, man braucht gar keine teuren Tools, um auf neue Ideen zu kommen, beziehungsweise um den eigenen Content zu optimieren. Das geht auch schon ganz, ganz einfach mit den kostenlosen Möglichkeiten, die zum Beispiel Google bietet. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 7. Wenn wir über Content-Ideen sprechen, dann darf natürlich auch KI nicht fehlen. Und deswegen schauen wir jetzt mal gemeinsam an, wie du aus ChatGPT die besten Content-Ideen herausholst. Und dazu sehen wir hier ChatGPT und geben mal einen Prompt ein, den du ganz einfach für dich und dein Thema abwandeln kannst. Ich schreibe jetzt einfach mal, du bist Ernährungscoach und teilst deine Expertise bei Instagram. Dabei gibst du Tipps zu gesunder Ernährung im Alltag für Menschen im Berufsleben. Erstelle 20 Content-Ideen für Instagram Reels, die im Sommer veröffentlicht werden. Also erklär ChatGPT zuerst, was du machst und zu welchem Thema du Content-Ideen suchst. Dann gibst du noch eine Info zur Zielgruppe und wann das Ganze veröffentlicht werden soll. Und wir schauen mal, was ChatGPT uns ausspuckt. Und hier kommen jetzt 20 verschiedene Ideen, aus denen du ganz einfach Content für Reels, für TikTok, für YouTube Shorts erstellen kannst. Und wir sehen hier auch, wie hilfreich es ist, konkrete Angaben zu machen. Dadurch, dass ich hier oben auch Informationen zur Zielgruppe eingegeben habe, nämlich Tipps zu gesunder Ernährung im Alltag für Menschen im Berufsleben, dadurch sind auch die Ergebnisse konkreter. Zum Beispiel hier schnelle und gesunde Lunch-Ideen für die Mittagspause im Büro. Wie man sich auch unterwegs gesund ernähren kann, Tipps für Geschäftsreisen. All das sind Content-Ideen, die ganz, ganz konkret genau zu dieser Zielgruppe passen. Und du kannst ChatGPT an der Stelle auch noch weiter nutzen und zum Beispiel diesen Prompt eingeben. Erstelle mir zu jeder Idee ein Videoscript für Reels, die 20 bis 30 Sekunden lang sind. Und jetzt siehst du hier nicht nur die einzelnen Ideen, sondern bekommst auch direkt das komplette Videoscript ausgespuckt, was du dann ganz einfach nur noch in Video umsetzen musst. Wenn du noch weitere Ideen, Tipps, Tricks und Tools zum Thema Content-Ideen finden hast, dann schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Und ich hoffe, es war hier auch vielleicht der ein oder andere spannende Tipp für dich dabei. Und jetzt freue ich mich, dass du das Video wieder bis zum Ende geschaut hast und wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.